servus moin moin und willkommen zurück auf dem kanal nachdem wir jetzt letztens vor kurzen heute eventuell ich weiß noch nicht wie ich es hochladet tormented souls aufgemacht haben und das getestet haben mit dem layout und so weiter habe ich noch was im ersten video schon gesagt und zwar mit chant in der limited edition um ehrlich zu sein habe ich nie eine andere version von dem spiel gesehen physisch es gibt scheinbar nur die limited edition dann fragt man sich wieder wie limitiert ist die denn eigentlich wenn es der einzige ist die es gibt physisch aber sei es drum ist also ein bisschen bisschen so ein geheimtipp hat man auf einmal war auf einmal da auf einmal haben es alle gespielt und ein paar fanden es gut ein paar waren nicht so begeistert ich bin auf jeden fall gespannt habe mich auch nicht groß spoilern lassen das cover da haben wir schon mal irgendeinen irgendeinen geistbock im zombie format irgendwie sowas auf jeden fall ein bisschen vermodert irgendwas hat er da noch im gesicht hängen und ich weiß bloß dass es da irgendwie um selbstfindung geht man ist dann irgend so eine selbsthilfe gruppe irgendwie therapie und so ein kram da passieren dann ganz komische dinge mehr weiß ich auch nicht bin auf jeden fall gespannt und wir gucken mal hier rein was denn hier zu limited isch limited isch so limitiert drin ist es auf jeden fall ein kleines art heftchen glaube ich dabei aber besser als nix kam auch nicht so viel ich glaube ich habe es jetzt für 35 bekommen kosten mal 40 digital glaube ich ein 10er weniger vielleicht wenn überhaupt bin mir unsicher so ist hinten ein bisschen klein geschrieben vielleicht da kennt ihr ja doch was vielleicht bin ich wie gesagt auch hier rechts ein da wo jetzt chat steht wo natürlich nichts abgeht weil wir nehmen wir noch was auf was haben wir denn hier schönes ein spiritueller albtraum jess bryers möchte am prismic science spiritual retreat auf chloe island teilnehmen um ihre vergangenheit zu verarbeiten und kraft für die zukunft zu schöpfen ein friedliches wochenende verwandelt sich schnell in einen kosmischen albtraum als ein gruppenritual einen durchgang in den nebel öffnet eine psychedelische dimension des schreckens die sich von negativer energie nähert um dieses grauen zu überleben musst du alles tun um die seltsame kult vergangenheit der insel aufzudecken und das rituel rückgängig zu machen wie gesagt irgendwie spirituelles gedöns verbessere psyche körper und geist stelle spirituelle waffen her und nutze übernatürliche fähigkeiten wagst du den angriff oder fließt du vor panik stell dich den kreaturen der prismatischen farben auf jeden fall sehr viel kryptisches zeug was hier hinten so erzählt wird enthält bonus inhalte 1970er grafikeffekt film modus ein exklusives 70er jahres spirituell retweet outfit das chloe island artbook und den original soundtrack komponiert von paul wusskei weiß gar nicht ob da physisch drin ist aber ich glaub schon ich glaub da ist sogar physisch drin und nicht nur digital äh so hauteng so kommt's raus einmal die normale dvd blu ray hülle und wie gesagt hier ein kleines heftchen da gucken wir gleich rein machen erstmal hier noch eine schüssel ab nekkern die schönen kleber ne aber der wollte ganz gut äh series x übrigens ich weiß gar nicht ob es eine one version davon gibt bin ich mir grad unsicher und hier fliegen einmal schon kurz entgegen die drehen wir mal um und noch mehr kurz ok das soundtrack ist leider doch bloß digital aber sei es drum das drehen wir mal um äh komm dreh dich und das haben wir dann drin einmal die scheibe ich hab den greenscreen noch an erkennt man daran dass oben die scheibe schwarz ist ich hab mich grad gewundert sieht man mich da vielleicht sogar durch nein hab mich grad gewundert hä wieso ist das schwarz aber es ist grün ist einfach bloß wegen dem greenscreen jetzt rausgekiht deswegen flimmert die hülle auch ein bisschen ich hoffe das macht nichts das soll jetzt nicht so kein beinbruch sein ähm ja wie gesagt noch die dlcs drin einmal den filmmodus und das outfit und dahinter ist noch das soundtrack nichts spannendes schade ich hätte gehofft gedacht dass da vielleicht noch ein kleiner extra datenträger drin wäre und dann haben wir hier noch das art büchlein heftchen nice to have warum nicht liegt mit bei schick schicker einwand gucken bloß mal hier so ein bisschen durch will ich nämlich natürlich auch im besten fall auch im stream spielen jessica bryas protagonist sah auch gar nicht so schäbig aus das spiel ist ja auch von irgendwelchen no name entwicklung brass token und prime matter sagt mir jetzt persönlich auch nichts aber die grafik sah schon ziemlich ziemlich anständig aus hannah wilson die lernen wir dann alle kennen noch mehr noch mehr namen noch mehr namen noch mehr namen das ist ein bisschen dunkel aber hier haben wir irgendwelche kann man das lesen ist es deutsch englisch irgendwas ist auf englisch man kann es zumindest irgendwie entziffern handschriftlich geschrieben ist immer ein bisschen schwierig paar schlüssel schlüssel scheinen eine wichtige Rolle zu spielen noch ein bisschen ein bisschen environment irgendeine kuppel irgendeine glaskuppel laterne oder irgend sowas sicher ja und halt noch hier haben wir ein bisschen monstergegröße glaube ich zumindest dass wieder rausgekieht wird lustigerweise joo wie viele seiten haben wir? da stehen ja eine seitenzahl ich glaube nicht lass es mal 30 seiten sein ja 25 nice to have warum nicht schicker pappschuber dabei meine güte was habe ich denn heute für ein sprachfaschen vielleicht sollte man ab und zu doch einfach auch ein wenig langsamer reden vielleicht hilft das ab und zu so zack wie gesagt schicker schuber mit dabei ansonsten ich bin sehr gespannt was mich da erwartet sieht auf jeden fall interessant aus ich hoffe es wird nicht so eine enttäuschung wie tormented so ist nicht wie ist das andere tormented tormented irgendwas das war richtig schäbig habe ich letztes mal im stream wollte ich eigentlich spielen ne war ja auch so ein spiel was viele irgendwie dann gut fanden und ich fand es halt ne ich fand es nicht gut ich habe mich da in der ersten stunde schon so aufgeregt wegen den ganzen spielabläufen und so waren war nicht geil aber darum geht es jetzt nicht wir haben mal hier reingeguckt in die limited edition von mit chant ich hoffe euch hat es gefallen ansonsten wie gesagt ihr habt ja alles dastehen twitter instagram youtube schaut gerne mal vorbei auch auf twitch natürlich wo das layout jetzt her kommt würde mich freuen euch da mal zu sehen ansonsten vielen dank fürs zusehen lasst einen daumen da wenn es euch gefallen hat ansonsten abonnieren ist auch gerne gesehen ansonsten es ist immer noch weihnachten schon wie im letzten video ich wünsche euch einen schönen tag einen schönen abend frohe weihnachten besinnliche feiertage und wir sehen uns dann vielleicht mal beim stream würde mich freuen ansonsten haut rein bleibt gesund und schönen tag noch tschü tschü